Oh, kacken muss er. Ja, Leute. Herzlich willkommen zurück zu Little Lightmares. Wir sind auf Klo. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich will mir jetzt nicht so sehen. Ach, wir müssen vielleicht nach oben, wa? Ich habe keine Ahnung. Oder müssen wir hier wieder raus? Hier ist ja nichts drin, oder? Hier ist das Klo. Ich muss mal überprüfen hier. Kommen wir da hoch an die Dinger? Nee, wa? Hätte sie sich da fest an die Rohre? Nee, sieht nicht so aus. Probier doch mal. Nee. Nee, probier doch mal. Moment, die sind sich leider nicht fest an der Klinke. Warum ist denn das hier so ein Durchjungs? Ach, da hat immer einer schön gekickt, wie die Leute auf Klo. So lang sind da die hässlich dicken Dinge. Oder wie, oder was? Na, das ist ja auch lecker. Schöne Pädophiler. Äh, Fetischschiss. Sagt man, wa? Ein Fetisch. Schön die auf Klo. Oh, wacht, das ist lecker. Er macht wieder lecker Fleisch. Ich werde Pädophiles, da werde ich auch. Da werde ich alles geguckt. Aber Kinder habe ich noch keine gesehen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, wir müssen zum Fahrstuhl, wa? Oh, wir müssen zum Fahrstuhl. So ein Vieh. Hält doch. Aber die sind mir ja in GER, die Viecher. Ich weiß ja nicht, was jetzt sein soll. Ich kann mal bestimmt hochklettern, wa? Hier an die Dinger. Nee. Ach, warte, ich sag. Ey, die sehen aus. Kurk. Ja. Okay. Wie ist das? Ich warte. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Was müssen wir hier irgendwo machen? Machen wir das, ich will ihn weiter. Komm, Neuschen. Wir gucken, was hier los ist. Das ist ja ekelhaft. Boah, flipp mal aus hier. Alter, die ganze Armada. Eine Lawine. Von Menschen. Von... Alter, was sind denn bloß viele Typen? Oh Gott, der Sven. Leute. Puh. Jetzt speichert er, oder? Oh, wir haben schon wieder Hunger. Was ist das hier? Ach du Scheiße, wir können ja nicht mehr loben. Das ist noch wurscht. Komm, wir teilen uns die wurscht. Mit dem Wicht. Mit dem Wichtel. Oh Gott. Oh Gott. Warum? Warum nicht die Wurst? Oh, oh, oh. Warum nicht die Wurst? Jetzt müssen wir uns vor den Ohren acht nehmen. Pass mal auf. Das ist nicht der dritte Ehren. Das ist ja. Das ist ja Corona. Okay. Die Wurst tin ich schon Breaking. Das ist ja Corona. Ich muss mehr weiter. Peter? Das ist jainha? Ich muss die ganze Zeit das Spiel shade. Okay. Uh. Das ist ja Nahnen. Ich muss bis zum Beispiel. Ich muss demandeoler Hasan das. Jetzt soll mich물in nicht mehr tester. Lternurar 음식 sein. Und darum, da muss jemanden, äh~~~ Alternatrice starken schenzen liegt. Komm hinterher, Mädel. Aber wir sind ja auch nicht gerade ein liebes Mädchen. Ich bin gespannt. Obwohl, jetzt können wir eigentlich... Nee, wir haben ja nicht gespielt hier. Ich bin gespannt. Dann brauchen wir einen Schlüssel. Da sinkt sie. Ach, da steht sie ja. Na, sie hat ja einen richtigen Schaden. Da drüben ist bestimmt ein Schlafzimmer. Können wir hier vorbeilaufen? Das ist bestimmt unsere Mami. Boah, Leute. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt. Kommt die jetzt? Ja, ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt. Mir macht das ein bisschen sauer, dass sie nicht kommt. Da ist auf jeden Fall der Schlüssel. Das ist natürlich die Frage. wo ist sie? Wo ist sie? Hier ist sie nicht. Schön leise sein. Boah, ich schwitze überall. Wird es warm und... ist im Schrank. Wird es warm und schrecklich. Wird es warm und schrecklich. Steck grüne Ding und schnell raus hier. Oh oh, ich wusste das. Boah, hab ich mich eben erschrocken. Die Musik. Die Musik. Puh, Leute. Hau ab, du Bitch. Oh, war ja, Leute. Was soll man da machen? Was soll ich jetzt einfach renne? Oh Mann, das wird eklig. Irgendeine Wand ist ja hier ran, die dumme Sau. Oh, ist mir eklig jetzt. Was ist denn das überhaupt wie eine blöde Kuh? Die kommt ja gleich nochmal. Davon gibt's da mehrere. Immer rennen. Renn um dein Leben. Aber was ist jetzt hier gefragt? Wir können hier hoch, ja. Warum ist es denn hier so dunkel? Meine Güte. Mal hier jetzt hoch. Die Musik ist schon ein bisschen gruselig jetzt hier. Die sind so leicht. Ich würde ja tippen, wir müssen da ran springen. Aber das geht nicht. Können wir den Stuhl ein bisschen verschieben? Nee. Was hoch. Hat das hier vorne eine Kesse? Wir müssen aber schon wieder irgendwo hochklettern. Ach quatsch, da jetzt da weiter. Guck doch mal. Oh Mann, bist du doof. Ich tue da aber nicht da durch. Macht da hier so'n Krach? Zuleiß, ich glaube, der hat gerade hier speichert. Aber ich kletter hier nochmal hoch. Ich glaube, der geht jetzt hoch, oder? Ja. Ups. Du wurde halt hier gerade gespeichert. Was soll ich denn jetzt hier in diesem Raum? Hm. Ich kann mal nochmal hochklettern. Malach kann ich mich nur hochziehen. Aber nicht wirklich. Doch. Ich brauche bestimmt irgendetwas aus dem anderen Raum. Und dann kann ich die Schranktür aufmachen. Aber was auch immer. So Leute, ich bedanke mich für das Zusehen. Das wird erst mal gewesen sein. Das ist ja das erste Mal, dass das wirklich jenschen gruselig war. Ja, fand ich. Kann mich auch erschrocken. Als die da auf einmal hinter uns war. Die dumme Kuh. Und diese kleine Vieh hier sind da. Oh Mann, Leute. Oh Mann. Gut. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja. Wenn es euch gefeiert hat, lasst einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen.